Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Talk Kanal, ich bin der Broken10 und ich habe euch ein Replay von mir nochmal mitgebracht, nochmals. Ich habe jetzt zwar ein Replay von dem Moritz bekommen, Morin LP um genau zu sein, das ist auch sehr schön. Ähm, aber ich habe vorgestern ein Replay gefahren, das wollte ich euch unbedingt zeigen. Ähm, genau, äh, das Replay habe ich in der IS-7 Stufe 10 der Russen, das kennt ihr ja. Sekunde, um kurz noch hinter mir die Tür zumachen. So, jetzt aber. So, ähm, ja, dieser Panzer war mein allererster Zehner, den ich jemals besaß, ähm, oder besitze, genau. Ne, besaß. Und das Problem ist allerdings, äh, ich habe nie verstanden, wie ich mit dem richtig gespiele, wie ich mit dem richtig spiele, sozusagen. Und deswegen habe ich fast 300 Gefechte gehabt und noch keine Gunmark drauf gehabt und das fand ich irgendwie total bekloppt und, ähm, mal so ausgedrückt. Und ich habe jetzt mich ein bisschen reingehangen, nochmal 50 Gefechte draufgelegt und in diesen 50 Gefechten habe ich die jetzt richtig gut spielen gelernt, sozusagen. Und, ähm, ja, ihr seht, ich habe Frau Brausgüter drin und sehr viel APCR. In diesem Gefecht werde ich auch nur APCR schießen, weil das mein letztes Gefecht zur Gunmark ist und ich wollte sie unbedingt haben. Und ich habe mir gesagt, haust sie jetzt mal APCR raus, ähm, außerdem, bevor es wieder neuere Kommentare gibt, ähm, Gold kann sich jeder holen. Und, äh, ganz ehrlich, da komme ich lieber durch und mache Schaden. Weil ihr seht dann jetzt gleich, dass man ohne Gold hätte ich an manchen Stellen nicht durchgekommen, was ihr gleich sehen werdet. Ähm, zum Beispiel hier so Probleme, Panzerkampfwagen 7, die E-75, T-95, ein Tortoise, können wir alles begegnen. Das tut natürlich auch ordentlich weh. Und ja, was ist das Besondere am IS-7? Die IS-7 ist relativ mobil für einen schweren Panzer. Ähm, hat einen sehr stark gepanzerten Turm. Also da kommt ihr, wenn ihr gut euch anstellt, nicht eigentlich nicht durch, außer hier oben die kleinen Kuppeln. Aber die müsst ihr auch erst mal treffen. Also die sind fast so, äh, klein, weiß nicht wie eine Briefmarke. Die Unterwand ist natürlich das Problem, aber sonst seid ihr eigentlich relativ gepanzert. Hinten habt ihr sogar Schrägen, aber da kommt auch immer was durch, seitlich auch. Also immer die Front zum Feind, äh, ja, genau. Das ist mein letztes Gefecht sozusagen zur Gunmark. Ähm, das verrate ich schon mal. Aber, wow. Also ich hätte nicht gedacht, dass es, dass eine IS-7 so abgeht. Äh, das ist das Gefecht, was ich, mein Meisterschaden, den ich jemals geschossen hab, war ja mit dem T-57 Heavy 7600 irgendwas. Oder 700, ich weiß nicht genau. Und mit dem IS-7 ist man auch sehr, sehr, bin ich sehr, sehr nah dran gekommen, sagen wir es mal so. Fehlt ihr nicht mehr viel. Und ich dachte nicht, dass ich echt so, so, so viel Schaden mit der IS-7 rauskloppen kann. Weil ich dachte, dieser Panzer ist halt so, weiß nicht, so, ich fand den, weil ich den nie richtig auf Leistung gespielt hab, ich fand den nicht wirklich interessant. Ich fand, der 500er Durchschnitt, der wirklich absolut geil ist, ähm, reichte, weiß nicht, war irgendwie nichts Besonderes für mich. Äh, als erster Zehner. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich ihn mir geholt hab, weil jetzt hab ich verstanden, ja, hab ich auch sehr lang geschoben. Jetzt hab ich verstanden, dass der Panzer wirklich absolut monströs ist, weil man weiß, wenn man ihn spielen muss. Ja, ich hab jetzt, ihr seht, russische Einzelzeit, man schießt sogar drüber. Aber das kennt man ja von den Russen. Deswegen empfehle ich wirklich diesen IS-7 als eigentlich ersten Zehner. Weil es ist ein All-Around-Panzer, ihr seht, ich winke mich so ein bisschen an. Ähm, es ist ein All-Around-Panzer, das bedeutet, ihr könnt damit wirklich eigentlich nichts falsch machen. Der E-100 wird ja auch gerne als erster Panzer genutzt. Das Problem ist meist nur, ähm, dass er auch wirklich sehr speziell zu spielen ist. Ja, mit Gold schießt ich jetzt einfach. E-75, ihr seht, jetzt war E-75 nur am Turm zu sehen, ist ein Problem. Aber mich penzentrieren sie ja auch nicht. Ihr seht, sie schießen mir, jetzt kann ich wusste, doch oben auf dem Turm versuchen sie es. Schon kommen wir aber nicht durch. Ähm, ein E-100 ist ja sehr, sehr, relativ kompliziert zu spielen als ersten Zehner. Wegen dem Turm, man muss sich immer mit dem Turm arbeiten. Hier muss man nicht auf sowas achten. Eigentlich nicht, außer wenn da ein Feind direkt hier drauf schießt. Aber sonst müsst ihr eigentlich da nicht drauf achten, nicht unbedingt. So, ihr seht, mit Gold kommen wir hier easy durch. Wir haben hier mit AP haben wir 250 Durchschlag, mit AP-CR haben wir 303. Mit 303 kommen wir eigentlich überall durch. Wir sind ja relativ gut durch. Ähm, ja, ich brauchte zur Gunmark 2500 Schaden. Ihr werdet aber sehen, dass ich das weit, 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 weit übertreffe, die 2500 Schaden. Und ihr seht auch, die haben hier echt Probleme mich zu penetrieren. Sie prallen ab, weil sie nur meinen Turm sehen. Sobald ich die Unterwanne zeige, ist die IS-7 wirklich sehr, sehr, sehr verletzlich, aber anders eigentlich nicht. Also wenn ihr die IS-7 ein bisschen spielen könnt, ich hab's jetzt in den letzten 50 Gefechten gelernt, versteckt einfach eure Unterwanne. Das ist das A und O bei Russen sowieso. Also immer Unterwanne runden verstecken, das ist immer das Beste. Ihr seid hier am sichersten. Seitlich E-75-Turm. Ihr seht ja auch immer diese Kellen 548, das sind schon wirklich sehr, sehr schöne, satte Kellen. Also so diesen Wow. Die machen auch wirklich Spaß. Früher konnte ich, früher war ich halt noch nicht so erfahren in WUT und ich hatte halt mit 7000 Gefechten einen Zehner. Und ich finde, 7000 Gefechte ist viel noch viel zu früh für einen Zehner, muss ich ehrlich sagen. Also für mich war es einfach noch zu früh und ich hab mich dann einfach, hab den dann 200 Mal gefahren, aber nicht wirklich nachgedacht, wie ich ihn fahren muss, sondern irgendwie gefahren. Und dann hab ich ihn einfach mal in der Garage stehen lassen, das war's dann auch. Dann hab ich halt die anderen Zehner geholfen, die sind 50 Gefe und so. Und in der ganzen Zeit, also ich hab ja jetzt sechs Zehner und ich glaub in der ganzen Zeit hab ich nie auf der IS-7 wirklich aktiv gefahren, weil ich die, ich weiß nicht, erste Versuche waren nicht gut für mich. Und da hab ich mir gesagt, die ist kacke, aber ihr seht, fast 4000 Schaden. Die ist echt richtig geil. Die ist wirklich geil. Und vor allen Dingen für Anfänger, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Naja. Mal sehen. So, aber jetzt 3800 Schaden und 2940 geblockt von meiner Panzerung. Ja. Sieht auch immer sehr schön aus. Und natürlich die Peperonis hier drauf. Die wachsen hier am besten. Kriegen sie immer am meisten Sonne. Haha. Und ja, ähm, für die ganzen neuen Zuschauer. Ich hab ja jetzt durch das Gewinnspiel ganz, 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 ähm, viele neue Zuschauer bekommen. Ähm, möchte ich euch einfach sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm, noch mal ganz wichtig, äh, ich fahr im V-Modus, das hab ich total vergessen zu sagen. Also, ich seh nichts, also ihr könnt kleine Panzer nehmen. Ich fahr im V-Modus, das bedeutet, ich seh das hier. Mehr seh ich nicht. Wo ist ein Panzer da? So würd ich dann die Panzer sehen. Und wenn ihr euch da im Gebüsch versteckt, naja. Sieht man auch nicht unbedingt viel. Genau, damit ihr Bescheid wisst. Äh, wie ich dann rumfahre. Ja, die Tortoise, da könnte ich jetzt AP laden, hab ich auch, weil ich mein ganzes APCR schon verhämmert hab. Die Elfgranaten. Ich glaub, es haben auch fast alle getroffen. Außer die drei am Anfang. Ne, hab ich alle drei verschossen. Ähm, auf Entfernung ist die ES-7 ganz okay. Sie ist nicht schlecht, aber ich hab noch keinen, äh, ich hab kaum Module hier drin. Ich hab einen Ansetzer und ich hab, äh, glaub ich... Ich hab keine Ahnung, was ich da noch drin hab. Lüftung, glaub ich. Weil ich den halt, die ES-7 halt eher so als Abstellpanzer benutzt hab. Das ist aber, war ein totaler Mist, den ich da gemacht hab. Ich bin froh, dass ich die jetzt nochmal ausgepackt hab. Und ich fahr die jetzt auch wirklich wieder gerne. Ihr seht, Tortoise. Einfach rum durch den Deckel. Und sie kommt auch nicht bei uns durch, obwohl sie so schnell schießt. Kann sie noch so schnell schießen. Tschüss. 4.900 Schaden. Und das, ähm, daran werde ich euch einfach mal zeigen, dass ich finde, dass der Panzerkampfwagen 7 eine Reihe ist, oder mit einer der schlechtesten Reihen ist, die es in World of Tanks gibt. Es gibt viele Leute, die einen VK-7201K haben. Der ist noch relativ gut, aber von der Panzerung her ist der Panzerkampfwagen 7 ein Witz, weil sobald der Panzer sidescrapt, könnt ihr ihm, warte, geh mal hier hin. So, der Panzer ist ja nicht unter Wanne zu penetrieren, da auch nicht. Backen wird schwer. Das einzige, wo ihr hinschießen müsst, ist da hin. Dieser Konöppel hier, dieses Biss hier oben, das Teil könnt ihr mit einem Achter penetrieren. Das bedeutet, er steht seitlich, ich schieße da einfach hin. Damage. Das bedeutet, wenn ein Panzerkampfwagen 7 sidescrapt oder einen VKB, schießt ihm einfach da auf das Teil. Ihr kommt da ohne Probleme durch. Seht ihr selbst bei der kompletten Rundung. Deswegen, ich finde den Panzerkampfwagen 7 wollte ich früher mal haben, aber ich finde den einfach, obwohl er frontal sehr, sehr gut gepanzert ist, finde ich ihn einfach im Durchschnitt einfach ein bisschen zu schlecht, muss ich ehrlich, ganz ehrlich sagen. Weil ihr kommt wirklich relativ gut durch. Er macht nicht viel Schaden. Und, ähm, ihr seht, er hat halt keine Chance gegen uns jetzt. Und wie ihr seht, 6534 Schaden gemacht. Wir haben leider durchgecappt. T95 kriegen wir nicht noch. Da ist er noch. Ich glaube, der schießt noch einmal, oder? Ne, das war's. Ja. Also, nochmal so kleiner Rat. Wer sich überlegt, zum Panzerkampfwagen 7 zu gehen, der muss sich wirklich überlegen oder, beziehungsweise, er muss sich wirklich sagen, er darf nicht sidescrapen, sonst kommt alles durch. Und das ist der Mist, weil deutsche Panzer bauen eigentlich darauf auf, dass sie Sidescraping machen. Also, da sieht man ja, E-75 Tiger II, äh, die ganzen, oder dieser VK, der da vorkommt, kann ja auch super sidescrapen. Ich verstehe nicht, warum er dann so einen Zehner baut, der hinten so einen riesen Knöppel hat. Also, ich hab ja nichts dagegen, dass da hinten so ein Teil ist, aber dass das Ding so schlecht gepanzert ist, dass selbst wenn du frontal gegen ihm stehst, da rankommst, weil diese Kurve so groß ist, das ist echt, also, Panzerkampfwagen, das ist Kampfwagen 7, hatte ich früher mal Schiss, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich den penetriere. Jetzt fahr ich da mit dem Shelldown frontal rein. Also, das Ding krieg ich, das Ding kriegt mich nicht, weil der Turm zu langsam dreht und solange du einfach nur seitlich stehst oder einfach auf die Dinger da schießt, dann hast du einfach kein Problem. Also, das ist ein Panzer, ich weiß nicht. Aber ja. So, ihr seht, meine Gunmark ist da, endlich nach 300 Gefechten, 3000 genau, 300 Gefechten, ja, durch meine Bottung, mein eigenes Bott spielen, Shellproofer, Duelist, Fighter und Fireforfect. Wir haben hier einmal 6534 Schaden und der Panzerkampfwagen 7 hat 6543, einfach nur umgedreht. Einfach 10 Schaden mehr, ne, 9 Schaden mehr. Und, ähm, ja, ihr könnt zwar mit dem Ding auch ordentlich Schaden austeilen, aber ich finde das Teil einfach, weiß nicht, ich würde das Teil nicht in meine Garage stellen, einfach ganz einfach gesagt. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare, eure Meinung in die Kommentare schreiben. Genau, wir haben jetzt hier, wir gucken mal, 18 Schuss abgefeuert, 16 getroffen und 16 durchgeschlagen. Das bedeutet, die zwei am Anfang habe ich verhämmert und von 16, die ich getroffen habe, sind auch alle durchgekommen. Ich habe keinen abgeprallt. 6300, ne, 6534 Schaden gemacht, 3340 gebounced und 142 assistiert, ne, das ist eigentlich wurscht. Und obwohl ich Zusatzrationen habe, 11 Goldgranaten plus den ganzen Rest und noch, äh, ja, ne, das war es eigentlich, habe ich trotzdem noch Plus gemacht. Obwohl, ja gut, ich habe Premiumkonto, aber trotzdem, ich habe trotzdem noch Plus gemacht. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass es nur erste Klasse war mit 6534 Gefechten, äh, Schaden. Das fand ich ein bisschen schade, aber gut, wollte Wargaming nicht, wollte mir nur erste Klasse und eine Gunmark geben. Fand ich aber sehr, sehr schön und das wollte ich euch einfach einfach zeigen und ich wollte euch einfach anhand des Replays zeigen, dass man eventuell nicht den Panzerkampfwagen 7, die Reihe dahin ist auch nicht wirklich empfehlenswert, außer der Stufe 9 Panzer, der ist wirklich sehr, sehr geil. Der ist, also ich muss schon sagen, dass ich den Stufe 9 Panzer besser finde als den Panzerkampfwagen 7. Aber der VK 4502B, oder wie das Teil heißt, nee, oder der andere hier vom Panzerkampfwagen 7, der Panzer, den man bei der Kleinbaukampagne kriegen konnte, den finde ich wiederum gut, weil der ein richtig gutes Geschütz hat. Ich meine, der Panzerkampfwagen 7, ja gut, 500 Schaden, das ist, naja. Die IS-7 hat wenigstens eine gute Frontalpanzerung, die kann man eigentlich frontal nicht penetrieren außer Unterwand. Das Ding kann man ja einfach seitlich vorbeischießen oder sogar oben auf der Wand, oben ist ja sogar so ein, wie heißt das, ein Rondell, wie heißt das hier, Kommandokuppel, da kommst du ja sogar auch durch. Also da bin ich schon beim Objekt 250 Uhr durchgekommen, also mit meinem Defender bin ich da oben schon durchgekommen. Also, überlegt es euch ein bisschen, aber ich wollte einfach zeigen, wie gut man die IS-7, wenn man es kapiert hat, wie das Ding funktioniert, fahren kann und ich habe noch nicht mal wirklich viel gemacht, außer dass ich Gold geladen habe, aber beim E-75 Turm durchzukommen und 150 pennen, wird ein bisschen schwer. Deswegen ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen da, wenn ich dann nicht, habt noch einen schönen Tag und tschüss.